Sax ab der Haus heisst es heute hier im Ausrutscher in Gaschur. DJ San Tropez wird hier mit seinem Saxofort ordentliche Stimmung zeigen. Und wie das klingt, wenn Deadfloor Musik zusammen mit Saxofort Klängen kombiniert wird, das schauen wir uns jetzt mal an. Christa, bist du öfter hier im Ausrutscher? Sicher, jede Woche, saugell da echt. Und du Susi? Ja, ich bin auch öfters hier. Also mir gefällt es hier auch sehr gut. Wir machen hier immer Party! Yeah Party! Lina und Annette, warum seid ihr denn heute so in Tracht unterwegs? Ja, also wir haben heute auch ein Konzert für Musik. Darum sehen wir heute Zeit. Und, war es toll? Nein, ich denke, man hat super gespielt. Jetzt ins Ausrutscher, warum ins Ausrutscher ist? Das Stammlokal, wir können von da, also gehen wir da rein. Ist immer super. Jörg, bist du öfter hier im Ausrutscher? Ja, jeden Samstag. Jeden Samstag, warum das? Was ist so besonderes am Ausrutscher? Es ist einfach immer eine fette Party! Und wie hat euch heute Dichos Rettdruck B gefallen? Super, echt Hammer! Er hat gute Lieder gespielt und uns hat es sehr gut gefallen! Julian, direkt von der Schiedpiste hier ins Ausrutscher, wie es aussieht. Ja, du, ist immer logisch, ich bin hier gerade auf dem Weg, oder? Da muss man ja fast gehen, oder? Ein guter Ausklang des Abends? Naja, es geht noch weiter, du! Jetzt glaubst du, wie lange geht es denn heute noch? Ja, das ist kurzfristig, da schauen wir den an, oder? Du bist ja voller Party, oder? Ja, natürlich, hallo! Also hier im Ausrutscher, da ist wirklich die Post los! Mottovorder wissen eben noch, wie man richtig feiert! Und übrigens, jeden Sonntag spielt hier im Ausrutscher als stark Strom, und das muss man sich auf jeden Fall mal anschauen! Wer also Spaß haben will, sollte hier mal vorbeikommen! Ich bin hier am Tag, ich bin hier im Ausrutscher! Ich bin hier am Tag, 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 ich bin hier am Tag! Vielen Dank.